Und wieder einmal heiße ich euch gerne willkommen zu Rundgang mit Janne. Ich bin euer Gastgeber Janne und bin hier bei den Hover Nights im Europa-Park RUST. Und jetzt werde ich euch mal das Ganze hier zeigen. Und wer bist du jetzt? Ich bin der Sinclair. Du bist der Sinclair? Woher kommt der Name? Aus Frankreich. Sinclair? Ist das so? Sinclair, der heilige Clare. Der heilige Clare. Und wo sind wir hier? Was machen wir hier jetzt? Also hier ist mein Wohnwagen. Die haben mir das hier gegeben, weil ich kein Zuhause habe. Ich bin ein scheiß Penner. Sinclair, was machst du denn jetzt reinig hier? Das ist meine Iso-Watte. Sinclair, wie kam das, dass du jetzt hier bei den Horror Nights als Obdachloser? Ist das ja nicht üblich, dass man das mit Bewerbung abschickt oder so? Also ich bin einfach hier gelaufen mal hier. Da kam ein Typ zu mir und sagt mir, hast du mal Bock bei Horror Nights zu pennen? Ja, was machst du dann hier so? Also was hast du für Hobbys? Was machst du in deiner Freizeit dann den ganzen Tag? Ich trinke ein bisschen. Da animiere ich die Leute mit meinen Bällen und Karate-Tricks, weil ich sehr, sehr guter Karate bin. Da kommt heute mal ein bisschen Stimmung. Jawohl, 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 jawohl. Das ist so klar. Also als Obdachloser bist du doch schon sehr, ich würde sagen, geistig bewandert. Also Karate, Jonglieren und Alkohol als Hobbys sind ja auch so diese... Genau, ich bin der nächste Supertalent. Das Dreieck, genau. Supertalent. Willst du dich da auch bewerben? Ja, ich will mich da bewerben. So, Claire, dann danke, dass du mir nichts tust und ich danke dir für das Gespräch. Das war sehr erhellend. Und dann gehen wir jetzt wieder weiter. Leute, wir gehen jetzt weiter auf die Straße, weiter und schauen uns die Horror Nights an. Was ist denn das für ein Haus hier? Es geht den Scheißbräckern. Wer in der Grundschule lesen gelernt hat, der ist im Vorzahlen. Ja, hier Spielautomaten. Ach du Scheiße. Hast du gefuhrt? Eventuell. War die Angstratte. Ich hab's gleich nicht gesehen. Oh je, jetzt werde ich vertreffen. Oh Scheiße. Schau los Marvel, weiter los. Hier gibt's so Knöpfe. Oh, da hat's wieder, wieder erwischt. Oh je, oh je, oh je. Dreißigartig. So Leute, das war's mit meiner Führung hier durch die Horror Nights im Europa-Park Rust. Ja, und jetzt hocke ich hier in dem Festzelt, wo man ein bisschen essen kann und so. Und hab mir jetzt auch hier so einen fetten, saftigen Pult-Beef-Burger geholt. Und natürlich, schön, nach meiner Devise, einfach nur Fleisch. Ja, und ich freu mich auf die nächste Führung mit euch und mal schauen, wo es uns da hinverschlagen geht. Ciao, ciao, macht's gut. Hallo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017